Tobi, wir setzen mit dir gleich den HUB. Hab ja einen. Banana? Ja. So eine Fahne. Dann geht richtig, rufen wir jetzt alle. Wir vergessen uns da. Ja, los, komm. Geht's. Aber ich esse, also. Oh, lad mich rein. Kommst du noch nicht? Stopp, stopp nicht. Kommt. Fährt zurück, fährt zurück, fährt zurück. Kommt. 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 Versuch vielleicht über die Gnade ohne zu schießen. Ja, ich komm nicht. Ich werde mal stehen am besten. Der muss dann hoch. Kann ich in die Wanne schießen? Eventuell. Ja, komm. Kommst nicht schießen hier. Du musst hochfahren. Das war sein Todesverteid. Warum werde ich nicht rein? Jetzt müsste einer von euch überleben. Oh Gott. Oh Gott, so schlecht hier. Schlecht? Okay, ja. Oh ja, wir werden sterben. Wir sind tot. Tot, rip. Ende, aus. Oh Gott. Du weißt, dass du runter musst. Wir sind zu hoch. Wir sind ausgestiegen. Was noch? Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Du bist so ein... Du bist so ein... Könnt ihr die Lodgy im Wasserfob mitbringen? Könnt ihr die Lodgy im Wasserfob mitbringen? Den... 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 Oh, ich hab in den vollbesetzten Lodgy reingesprayt mit der Full Auto M4. Man sieht's. Es hat draußen geregnet. Okay, wir steigen in den nächsten Heli. Ist ja noch einer da. Aber das ist nur ein Transport-Heli, ne? Oh ja, stimmt. Und... Tobi, mach mal Heli-Geräusche. Tobi, weitermachen. Mach weiter. Einschränken, gelangt werden. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Heli ist da. Ich merke. Einstechen. Jawoll. Tobi, es geht weiter. Ich bin auch da. Pas auf, ne? Nicht, dass sie Mien in die Lübs gemäht haben. Klassische Luftminer. Bitte. Schickt einfach so viele Männer rein, bis er keine Mälen zu haben hat. Mama, ich höre hier... Du mehr. Ich fahrt, Tobi, lass nicht fahrgern. So ein F*****. Pätsch und sich fahrt. Ich glaub, links war das. Ja, mit Gack. Also, meint. ja links hatte ich hab leider keine nichts und wenn ich jetzt patche dann kommt er raus also was mach mal du müsstest denn eigentlich killen ansonsten ganz oben links ganz oben links also ganz oben links alles klar am besten du deckst mich kurz während ich den patch joda dreh dich um das gebäude rein wo wir drin liegen auf der recht von rechts rechts oben ja ganz oben ja warte ich hab hier noch feinde oben ich muss ja fragen ganz oben bist du ja dann komm ich kurz hoch deck mich kurz links links weiter zu links ja ich guck in das gebäude ich seh es aber ich weiß nicht ich habe ihn gekriegt oder wie ist nein ihr deckt euch in dieser tippen patchstelle hoch ja warte deck die tür deckt nicht 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 ja ich ja ich verblutte aber links links zweite tür links nicht darauf geben geht schenkt den die kills nicht ich hab einen wir fn der nade rein oder deckt mich deckt mich bleib da ach komm ich hab zwei schüsse drauf macht weiter so dann hat er keine munition mehr vielleicht war der nur drauf ist dass ich hier euch wiederbelebe und ihr da hoch geht und nehmt euch tulden ist das ist uns jetzt habt ihr den jetzt? ne eben nicht gelebt zweit für links wo liegt mir denn keiner ansehender sind pusht einfach alle nacheinander hoch ja egal der kriegt ihn schon der muss doch schon tot sein seht her ich bringe Geschenke Leute komm preço drauf und dann gehst du nach Kohlenmin an ja er seine neue lebt er jetzt immer noch na password Da fehlt aber was Ähm, hier fehlt was Oder seh nur ich, dass es Seh nur ich, nur ich, dass hier was fehlt Ne, ich seh das auch Das komplette obere Ding fehlt, ne? Ja Und du kannst durchrennen Oh Gott, nein, 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 schau mal schnell auf Kann ich einschalten? Es hat null Leben Soll ich raussetzen? Es hat kein Leben Ich glaube, das ist auch bugged, oder? Ja, des Todes, ich seh es gerade Höhle cannot be repaired Es ist kaputt, aber nicht kaputt Ist hier ein AKV-Punkt, der Entdecke basiert, seht ihr das? Das stimmt Aber für was? Für was eigentlich? Die Karre ist doch hin Woa! Sehen wir euch das, oder? Was denn? Was siehst du denn? Ähm, keine Ahnung Ich steh einfach nur ganz normal da Oder liegt hier ein Warrior Ne, bei mir nicht Ja, dachte ich mir schon Bei mir ist der Rocher hier auf dem Rücken vom Warrior Bei mir ist der Rocher hier Äh, doch Ja Der Warrior ist bei mir hier Moment Genau hier Äh, wo ist der Warrior? Hallo? Angeblich hier Ich kann durch den Warrior gehen, aber dann kriege ich vor die FPS Einbrüche Bei mir liegt der da hinten Äh, der Warrior ist hier, was habt ihr mit dem Brüchen gemacht? Ne, bei mir ist hier der Warrior Bei mir ist er unter dem Lodschi Bei mir steht der Warrior direkt neben der Trauer hier Bei mir ist er hier Ja, bei mir ist er hier Und bei mir steht der Lodschi auf dem Warrior Nämlich da Nämlich da Ja Ja Der Lodschi steht auch hier Genau, und darunter steht der Warrior Warte, komm mal einer, komm Jungen Und jetzt sind die Dinger Das sind ein IT-Mobl Jungen, hier waren sie Ja, der hat den Warrior Das? Was? Das waren hier alle aufbauen Wieso lag deine Mine? Mann, das war keine Mine, da ist einer mit einem Mob hingefahren mit AED Ich hab den grad noch erschossen, aber die AED ist trotzdem aufgegangen Ja, ich hab's auch Der hat jetzt grad vier Leute zerfickt, den Warrior kaputt gemacht Nein, man kann wieder durch den Warrior gehen Und den Dingsbums fahren tauglich gemacht Man kann wieder durch den Warrior gehen hier Durch den Anderen Das ist toll, das ist toll. My Goddard Und das ist toll, das ist toll Unwärter Ausfall Ausfall Anblick Anblick Untertitelung des ZDF, 2020